Zunächst nochmal zur Ukraine. Der Publizist Jens Berger von den Nachdenkseiten, den wir nächsten Sonntag hier auch begrüßen werden, spricht von, ich zitiere, Propaganda auf allen Kanälen und fragt, Zitat, warum die ukrainische Armee von ihrer Führung auf ein derartiges Selbstmordkommando geschickt worden sei. Vergessen werden solle dabei nicht, dass sie im nächsten Jahr in den USA Präsidentschaftswahl seien. Es gehe, ich zitiere Jens Berger, vor allem darum, die USA bei der Stange zu halten und Erfolge zu präsentieren, die sich in der US-Öffentlichkeit so gut verkaufen ließen, dass Biden seine Ukraine-Politik fortführen könne. Also Sterben auf dem Schlachtfeld als Trophäe für den US-Präsidentschaftswahlkampf. Wie widerlich ist das denn? Stattdessen sehen wir Fotos von hochmodernen, mit deutschen Steuergeldern bezahlten und gelieferten Leopardpanzern, wie sie vom russischen Militär und von Drohnen reihenweise geknackt worden waren. Über den Verlauf der letzten Kriegstage breitet sich ein so dichter Nebel wie über die Sprengung des Staudamms Karhovka und über die Sprengung von Nord Stream 2. Gleichzeitig lässt Zelensky seine nazi-affinen Milizen ukrainische Ostgebiete mit der international geächteten Uran-Munition bewerfen, wie sie schon im Irak und wie sie schon im Jugoslawien-Krieg von der NATO eingesetzt worden waren. Vergessen wir das nicht und die Menschen leiden heute noch darunter. Und Zelensky beschwert damit den Einsatz taktischer Atomwaffen herauf. Wobei polnische Militärs zu ihrem katholischen Gott beten, dass doch bitte eine irregeführte russische Rakete polnisches Gebiet treffen könnte, damit der NATO-Beistandsbündnisfall nach Artikel 5 ausgerufen werden könne und wir alle im Dritten Weltkrieg wären.